Also ich muss ganz ehrlich sagen, Spritzen sind nicht so ganz mein Ding. Ich erinnere mich noch, wie ich als Kind mit meiner Großmutter beim Arzt war und geimpft wurde. Das hat ganz schön gepikst. Natürlich nur kurz, aber trotzdem hat es gepikst. Heute versuche ich währenddessen einfach an was Schönes zu denken. Und dann ist es ja auch schon vorbei. Ein Riesenfan von Spritzen bin ich trotzdem nicht. Bis heute nicht. Insofern kann ich Tessa sehr gut verstehen. Sie mag nämlich auch keine Spritzen, ist nur blöd, wenn es sich nicht vermeiden lässt und sogar gut für einen ist. Gott sei Dank wird ja heute beim Arzt oder der Ärztin meistens in den Arm gespritzt und nicht mehr in den Po. Heutzutage sind Spritzen auch nicht mehr so groß wie zu meiner Zeit. Damals waren sie unfassbar groß. Also größer als ich. So groß wie der Berliner Fernsehtom oder der Kölner Dom mindestens. Schon gut, vielleicht ist meine Erinnerung wirklich nicht so genau. Ich bin gespannt, ob Tessa ihre Angst überwindet. Hey, hallo, Taxi. Mach dich bereit, komm mit ins Abenteuer. Wir fahren los und flitzen durch den Körbaden. Ab geht's, Toni sitzt am Steuer. Wir fahren los im Taxi ins Milch. Ganz egal, wohin es geht. Nasenschleimhaut auch in Schienbein oder Lunge. Wir fahren hin, erkunden und checken es auf. Und checken es auf. Ganz klein, so winzig war noch niemand. Der Blutkreislauf ist unsere Autobahn. Auf geht's mit Wissen und Verstand. Oh ja, fahren wir los im Taxi ins Milch. Jetzt kommt Folge 6. Kleiner Pieks, große Wirkung. Ja, okay, wahrscheinlich habt ihr recht. Aber ich bin trotzdem dagegen. Aber Tessa, warum? Wir haben das doch alle schon hinter uns. Wenn ich im Krankenhaus bin und irgendwas Schlimmes ist, dann okay. Aber ich hab ja gar nichts. Mir geht's doch gut. Warum soll ich mir eine riesige Spritze in den Arm pieksen lassen? Tessa, Liebes, die ist nicht riesig. Und der Kinderarzt ist doch Philipp. Den kennst du doch schon ewig. Und ich kenn ihn auch schon ewig. Er ist mein Cousin. Und er ist wirklich, wirklich nett. Er macht das mit der Spritze so vorsichtig, dass du gar nichts merkst. Das stimmt nicht. Hat ganz schön wehgetan. Tessa, nein, bleib hier. Mann, Ella, warum hast du das gesagt? Weil es die Wahrheit ist. Die Spritze kann ein bisschen wehtun, was nicht schlimm ist. Aber wenn wir ihr sagen, dass es überhaupt nicht wehtut, dann lügen wir sie einfach nur an. Und ich glaube, das fände sie dann richtig doof. Okay, das stimmt. Bei mir hat sie aber echt nicht wehgetan. Dr. Philipp hat ganz viele interessante Sachen über Schach erzählt. Und da habe ich das gar nicht gemerkt. Na komm, Tessa. Wir sind doch alle bei dir. Und deine Mama wartet da drin schon ewig, dass wir wieder reinkommen. Na gut, ich gehe rein. Aber ich will, dass alle mit ins Arztzimmer kommen. Und Ella soll mir eine Hand nehmen. Und Toni soll was Lustiges erzählen. Und ich? Du knuddelst mich, wenn es vorbei ist. Auf jeden Fall. Na dann. Bereit, Tessa? Bereit. Bringt mich ins Wartezimmer. Gut, dass das Behandlungszimmer so groß ist. Denn da sind jetzt richtig viele Leute drin. Einmal natürlich der Arzt Philipp, Tessa, Mama Friederike, Toni, Ella und Yasin. Und nicht zu vergessen, Tessas Lieblingskuscheltier. Ein kleiner, roter Elefant namens Toffi. So viele Leute waren, glaube ich, noch nie auf einmal im Behandlungsraum. Brauchen wir noch Stühle? Nein, ich dir ganz gerne. Aber ein paar Häppchen, wenn nicht schlecht. Ja, damit kann ich leider nicht dienen. Ich hätte zuckerfreie Bonbons oder Lollis mit Kirschgeschmack. Alles gut, danke. Kriege ich einen Lolli? Natürlich, Tessa. Meine Patientinnen bekommen immer einen. Hinterher. Hm, na gut. So, sind alle soweit? Kann losgehen. Bei mir auch. Äh, ich glaube, er meinte Tessa. Nah, Maus, bereit? Klar, also, ähm, kann ich die Spritze mal sehen? Ja, natürlich. Das ist die? Hm, okay. Und die Nadel? Also piekt die nur? Oder muss die ganze Nadel... Nein, 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 die piekt nur. Keine Sorge. Okay, und was ist da nochmal drin? Das ist ein Impfstoff gegen drei Krankheiten auf einmal. Nämlich Tetanus, Keuchhusten und Diphtherie. Tetanus nennt man auch Wundstarkrampf. Wenn du eine Wunde hast und da gelangen die Tetanusbakterien rein, dann kriegst du diesen Wundstarkrampf. Das heißt, deine Muskeln verkrampfen sich und werden starr. Das kann aber durch die Impfung verhindert werden. Aber der Tetanusimpfstoff an sich enthält... Äh, nein, das habe ich schon... Was enthält der? Das inaktive Gift der Tetanusbakterien. Oh, oh. Das heißt... Gift? Ich kriege hier Gift und Bakterien? Wiedersehen. Oh, Tessa, nein, bitte bleib hier. Hör dir das erstmal richtig an. Das Gift ist inaktiv. Das bedeutet, es ist kein Gift mehr. Ich will kein Gift kriegen, auch kein inaktives. Moment, Moment, ganz ruhig. Ich kann es dir genau erklären, wenn du willst. Es ist nämlich eigentlich sehr ausgefuchst. Bei einer Impfung wird dein Immunsystem, also die Krankheitsabwehr des Körpers, darauf vorbereitet, was getan werden muss, wenn man mit dem betreffenden Krankheitserreger in Kontakt kommt. Das ist wie eine Art Trainingscamp, eine Übung. In dieser Spritze ist das unschädlich gemachte Gift der Tetanusbakterien. Ähnlich wie bei Diphterie und Keuchhusten. Aber wenn das jetzt in deinen Körper kommt, dann sind diese unschädlichen Teile der Erreger wie Fahndungsfotos von den richtigen, den aktiven Erregern. Dann hat dein Körper die schon mal gesehen und in die Verbrecherkartei aufgenommen. Und kann im Ernstfall sofort reagieren. Oh, Entschuldigung. Ah, das ist Sophie, Tessas große Schwester. Da muss ich rangehen. Ja, bitte, natürlich. Hey, Sophie, alles in Ordnung? Was? Wo bist du? Ja, ich komme. Geht Sophie gut? Ja, alles gut. Aber ihr Mattelclub fällt anscheinend aus. Zumindest ist niemand da. Ich muss sie abholen. Sie steht da sonst im Regen vor verschlossener Tür. Ja, cool. Also, nicht cool. Egal. Na los, Mama. Lass uns schnell gehen. Nein. Das hat nichts mit dir zu tun. Ich fahre sie schnell holen und du bleibst hier. Ihr könnt ja im Wartezimmer was spielen. Oder lesen oder so. Und sobald ich wieder da bin, erledigen wir das endlich mit der Impfung. Was? Ich soll hierbleiben? Nein, 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 nein. Bitte, Tessa Maus. Sonst dauert es wieder ewig, bis ich dich in die Praxis kriege. Ich bin in spätestens 20 Minuten zurück. Bis gleich, Friederike. Ich passe so lang auf. Danke dir. Du bist die Beste. Tessa, ich weiß, das ist sehr gruselig mit der Spritze, aber... Warte mal, Philipp. Ich habe eine Idee. Ja? Ist bei dir zufällig gerade eine Impfung völlig? Eine Impfung? Ja, doch. Ich wollte mich nächste Woche gegen Grippe impfen. Das kann ich auch heute machen, kein Problem. Bin gerade gesund und munter. Das sollten wir nutzen. Aber warum? Also, meine Idee ist die. Wir könnten die 20 Minuten nutzen, bis deine Mama wieder da ist, Tessa, um mit dem Taxi in Philipps Arm zu fahren und von innen zuzusehen, was passiert, wenn Philipp sich jetzt gleich gegen Grippe impft. Und dann kannst du genau mitverfolgen, was bei einer Impfung passiert. Und was, wenn sie das nur noch mehr erschreckt? Bislang hat sich Tessa im Körper vor gar nichts erschreckt. Und es passiert ja auch gar nichts Gruseliges. Also, ich finde die Idee super. Ich bin dabei. Und du, Tessa? Ja. Solange ich keine Spritze kriege. Erstmal nicht. Nur gucken. Ersin, Ella, seid ihr am Start? Auf jeden Fall. Na klar. Mein Taxi parkt hinter der Praxis. Also, du kommst mit uns raus, wir fahren los, schrumpfen uns, fahren in deinen Arm. Das merkst du gar nicht. Du kannst einfach nach zwei Minuten wieder in die Praxis gehen und dich dann hier impfen, ja? Klar, kein Thema. Ah, ich nehme den rechten Arm, weil ich Linkshänder bin. Ja, okay. Gut zu wissen. Dann ab nach draußen. Während Toni und die Kinder zum Taxi gehen, krempelt Philipp schon mal den Ärmel hoch. Auf dem Parkplatz hinter der Praxis ist gerade nichts los, sodass Toni das Taxi unbemerkt schrumpfen kann. Und dann fahren sie auch schon zum Arm. Die Zeit drängt hier ein bisschen und Philipp geht rasch wieder in die Praxis, um sich die Grippeimpfung zu verabreichen. Allerdings ist das Taxi schneller. Toni und die Kinder sind schon im Arm gelandet und ausgestiegen. Oh mein Gott. Wir sind in einer Hüftburg gelandet. Ich weiß zwar nicht, wo genau wir hier sind, aber ich finde es schon mal super. Wir sind hier im größten Schultermuskel. Wir sehen uns erst mal um. Warum sind wir denn in der Schulter? Wir müssen doch in das Immunsystem, oder? Das stimmt. Also wir sind hier nicht in der Schulter, sondern im größten Schultermuskel, den wir haben. Der heißt Musculus Deltoideus oder auch Delta Muskel und geht bis in den Oberarm. Obwohl der Name Immunsystem so klingt, als gäbe es irgendwo im Körper so eine Zentrale dafür, ist das nicht so. Das Immunsystem ist eigentlich überall. Wie geht denn das? Also es gibt schon bestimmte Stellen, wie unsere Lymphknoten oder den Darm oder unsere Mandeln, wo das Immunsystem besonders aktiv ist oder wo spezielle Zellen dafür gebildet werden. Aber generell gilt, da wo Zellen sind, da ist auch das Immunsystem. Also überall. Aber warum spritzt man eigentlich in den Arm? Das kommt daher, dass die Impfung unbedingt in einem Muskel landen soll, damit der Impfstoff von dort nach und nach ins Blut gelangt. Und das funktioniert im Oberarm eben besonders gut. Da ist keine dicke Fettschicht, man kommt also ganz gut rein. Und da hat auch wirklich jeder Mensch eine ganze Menge Muskel. Aber warum denn unbedingt in einen Muskel? Weil unsere Muskeln von ganz feinen Blutäderchen durchzogen sind. Seht ihr? Hier laufen sie lang. Und die Impfstoffe werden in den Muskel gespritzt, weil sie von hier langsamer ins Blut kommen. Der Körper hat dann mehr Zeit, um auf die Impfstoffe zu reagieren und Abwehrstoffe gegen den jeweiligen Erreger herzustellen. Wenn man den Impfstoff direkt ins Blut spritzen würde, dann wäre das Abwehrsystem, also das Immunsystem, damit überfordert. Aha. Unser Immunsystem muss also erstmal zur Stelle hinkommen und sich angucken, was da überhaupt los ist. Im Prinzip ja. Aber wer kommt denn dann? Eine Wächterperson? Das ist eine gute Frage. Oh! Ist das schon die Impfung? Äh, ich glaub nicht. Was sind das für, äh, Leute? Das sind Zellen, aber welche kann ich dir auf den ersten Blick nicht sagen. Die sehen aus wie kleine Polizisten. Fragen wir doch einfach. Sie kommen mit zu uns. Schönen guten Tag. Einmal die Ausweise, bitte. Wie, äh, unsere Personalausweise? Sie sind hier fremd. Wir kontrollieren jeden, der hier reinkommt. Aber wir waren schon ganz oft irgendwo drin und uns hat noch nie jemand kontrolliert. Psst, Tessa. Nicht, dass die anderen kleinen Polizisten, wo wir schon waren, Ärger kriegen, weil sie uns nicht kontrolliert haben. Zu dieser Jahreszeit führen wir verschärfte Kontrollen durch. Da kommen deutlich mehr feindliche Erreger in den Körper. Stimmt. Die Grippesaison steht vor der Tür. Und Philipp lässt sich um diese Zeit ja auch immer impfen. Das macht Sinn. Aber wir sind weder Erreger noch Feinde. Ich bin Ärztin, also ehemalige Ärztin, und das sind... Oh, eine Ärztin! Na dann! Wir sind ja auch in einem Arzt. Ärzte mögen wir besonders gerne. Zumindest solche, die auch so vertraut riechen. Ich rieche? Ja. Ganz angenehm. Irgendwie ähnlich. Ach so. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Philipp und ich sind ja Cousin und Cousine, also verwandt. Wir haben einige Erbinformationen, die gleich sind. Also ein paar gleiche Gene. Und wer sind die drei ganz Kleinen? Hallo, wir helfen, Toni. Ich bin Tessa, das ist Yasin und neben dir steht Ella. Und wer sind sie? Ich bin eine Kriminal-Oberfresszelle. Ich leite den Einsatztrupp. Das heißt, du frisst Zellen? Oder frisst du einfach so? Und wenn ja, was? Und was hat das alles mit Impfen zu tun? Oh, das waren viele Fragen auf einmal. Gut, ich helfe mal beim Sortieren. Also, was sind Fresszellen? Es hat natürlich was mit Fressen oder Essen zu tun. Fresszellen sind dafür zuständig, Krankheitserreger zu erkennen und direkt zu verschlucken. Man sagt auch, in sich aufzunehmen und damit zu zerstören. Beim Impfen sind die Fresszellen diejenigen, die die Eindringlinge erkennen, aufsammeln und dann zerkleinern. Also einfach fressen. Aber dann kommt der Clou. Nachdem sie fast alles davon verdaut haben, legen die Fresszellen kleine Bruchstücke von den Erregern auf ihrer Oberfläche ab. Und diese Bruchstücke zeigen sie dann den sogenannten B- und T-Zellen. Die B- und T-Zellen sind andere Einheiten bei der Immunpolizei und haben auch bestimmte Aufgaben. So wie bei der echten Polizei ja auch. Da gibt es die Streifenpolizei, die Kriminalpolizei, die Wasserschutzpolizei und, und, und. Zu den Aufgaben von den B- und T-Zellen komme ich gleich noch. Das Immunsystem, das haben wir jetzt verstanden, ist also so ein bisschen wie die Polizei mit ihren verschiedenen Abteilungen. Und das Impfen ist ein bisschen wie eine Polizeiübung. Die Polizei übt ja manchmal, wie sie am besten vorgeht, wenn irgendwo was Schlimmes passiert. So wie die Feuerwehr auch. Und wenn man genug geübt hat, dann ist man gut vorbereitet, wenn der Ernstfall tatsächlich eintritt. Okay, und deshalb kontrolliert ihr alle, um zu erkennen, ob ein Eindringling dabei ist? Genau. Hier hat jede Zelle einen Ausweis. Da steht, was sie so macht und zu wem sie gehört. Und wenn da was nicht passt oder komisch aussieht, dann kümmern wir uns sofort darum. Manche Erreger sehen unseren Zellen ja sehr ähnlich. Und man sieht auf den ersten Blick nicht, dass sie hier nicht reinhören. Deswegen kontrollieren wir so streng. Was ist das denn? Oh. Ich glaube, Philipp hat den Impfstoff gespritzt. Ich glaube auch. Fresszellen! Großeinsatz! Zugriff! Aber die Erreger, die hier reingespült werden, die bewegen sich doch gar nicht. Die können doch gar nichts machen. Das stimmt. Das hier ist auch eigentlich nur eine Übung für den Körper. Aber die Reaktion, die ausgelöst wird, ist automatisch. Es kommt trotzdem zu einem Großeinsatz. Chef, alle sind da. Was haben wir? Eindringlinge. Fiesche, runde Eindringlinge. Anstupsen. Ich will sehen, ob sich da was rührt. Zu Buffet. Melde, da rührt sich nichts. Gut. Also ist es nur eine Übung. Aber wir nehmen das trotzdem ernst. Alle Erreger aufnehmen, zerkleinern und den Kollegen von der Abteilung B präsentieren. Wird erledigt. Äh. Wie beim Familienessen. Mein Onkel Serdar ist auch immer so schnell und so viel auf einmal. So. Ich muss jetzt zu unserer Eindringlings-Datenbank. Die müssen erfahren, wer der Feind ist, wie er aussieht und ihn abspeichern. Fresmeralda, machst du Fotos und schickst sie den Jungs und Mädels von der Datenbank. Ja? Schon dabei? Die Kollegen von der Abteilung T werden gleich hier sein. Nicht erschrecken, die sehen ein bisschen streng aus. Also, bis später. Danke, bis später. Er meint bestimmt die T-Zellen. Da gibt es zwei Gruppen von T-Zellen. Einmal die Killerzellen und dann noch die Helferzellen. Die Killerzellen sind bestimmt die, die so streng aussehen. Na kommen sie. Wow. Die sehen ja aus wie Soldaten. Oder ein Sondereinsatzkommando oder so. Und wen greifen die jetzt an? Die Fresszellen verspeisen doch schon die Grippe-Fieslinge. Sie suchen nach Zellen des Körpers, die schon befallen sind. Die können sie dann gleich zerstören. Und seht ihr, da hinten kommen auch schon die Helferzellen an. Und was machen die jetzt? Werden wir gleich sehen. Hallihallo. Ich bin Helfer Hagen. Na, was haben wir denn hier? Oh, wir haben Eindringlinge. So. Wie viele Fresszellen sind denn hier? Stellen wir mal durch. Das sind ja mindestens 100. Da braucht ihr ja ewig. Aktuell sind es 532.467. Sehr schön. Aber ein paar mehr können ja nicht schaden. Mina, holst du noch Verstärkung aus der Milz? Sehr gerne. Bin unterwegs. Oh, schön. Mina ist unsere Chefbotin. Sie holt uns immer den besten Fresszellen-Nachschub. So. Sind denn unsere Bs schon da? Ja. Also nein. Nicht mehr. Ich verstehe nichts mehr. Wer ist hier weh und warum? Also. Das mit den Fresszellen haben wir ja schon besprochen. Die Fresszellen zeigen ja den anderen Einheiten der Immunpolizei die Reste von dem Erreger. Ein bisschen wie ein Fahndungsfoto. Und das, was sie da zeigen, nennen wir Antigen. Und sobald die B-Zellen das sehen, basteln sie ganz spezielle Antikörper, die genau zu diesen Antigenen passen. Man kann auch sagen, die Immunpolizei findet die richtige Waffe gegen die bösen Eindringlinge. Bei dieser ganzen Übung bilden sich Gedächtniszellen. Die sammeln nämlich die Verbrecherfotos und wissen darum, wie der Eindringling aussieht und was er vorhat. Wenn nun später im Leben ein echter Erreger in den Körper kommt, zum Beispiel ein Grippevirus, dann kennt der Körper den schon. Also zumindest Teile davon. Und startet das Verbrecherabwehrprogramm. Er stellt nämlich ganz viele passende Antikörper her, die an das Virus andocken. Damit sind die Erreger für andere Immunzellen besser zu erkennen. Und die Erreger können nicht mehr so leicht andere Zellen befallen, weil sie durch die angedockten Antikörper unschädlich gemacht wurden. Währenddessen haben die Fresszellen schon den T-Zellen, unseren sogenannten Killerzellen, Bescheid gesagt. Die Killerzellen suchen jetzt nach anderen Zellen unseres Körpers, wo der Eindringling sich vielleicht schon breitgemacht hat. Und dann werden diese Zellen, die der Erreger befallen hat, zerstört. Neben den T-Killerzellen gibt es noch die T-Helferzellen. So eine ist der Hagen. Die sorgen dafür, dass sowohl bei der Übung als auch beim echten Einsatz viele andere Immunzellen Bescheid wissen, damit sie aktiv werden können. Ah, die B-Abteilung macht also die passenden Waffen für die fiesen Eindringlänge, ja? Ja, genau, das kann man so sagen. Ludger, sind alle schon im Konferenzraum wegen der Besprechung mit Abteilung B? Die besprechen sich? Na sicher. Wozu bräuchten wir sonst auch unseren tollen neuen Konferenzraum? Der ist wunderhübsch und mobil. Wir können ihn aufbauen, wo wir wollen. Naja, außer im Gehirn. Die wollen da immer ihren eigenen Raum nutzen. Ist verständlich. Hat auch ewig gedauert, bis der fertig eingerichtet war. Allein die ganzen Bücher mit den Erinnerungen. Aber ich verplaudere mich. Was war die Frage? Was passiert denn bei der Besprechung? Den Kolleginnen und Kollegen von der B wird berichtet, was hier los ist. Und dann werden sie dazu überredet, Antikörper herzustellen. Und die Chefetage der Bs wird eine Entzündung im Körper auslösen. Was? Warum? Die Erreger sind doch tot. Oder weg oder so. Wir verfahren streng nach Protokoll. Auch wenn es nur eine Übung ist. Die Entzündung wird dann sicher kleiner ausfallen. Aber trotzdem wird's hier drinnen gleich sehr unangenehm. Wieso? Was passiert denn? Ich denke, wir werden ein kleines Fieber vorbereiten. Nur ein ganz kleines. Ihr solltet besser wieder zu euren Zellen zurück und an die Arbeit gehen. Aus welchem Körperteil kommt ihr eigentlich? Gar keinem. Wir sind von draußen. Och, dann aber ganz schnell raus hier. Der Körper reagiert jetzt immer heftiger auf die Eindringlinge. Die Temperatur wird ansteigen. Und die Killerzellen greifen euch vielleicht sonst an. Okay, danke für die Warnung. Kinder, kommt schnell ins Taxi. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Keine Ahnung. Ich dachte, das dauert viel länger. Aber Philips Immunsystem ist stark. Hier legen alle richtig schnell los. Die ganze Übung dauert 10 bis 14 Tage. Also mit allem drum und dran, den Nachbesprechungen und Gedächtniszellen und so weiter. Aber die heiße Phase beginnt jetzt. Okay, steigt ein und schnallt euch an. Achtung, Achtung. Temperaturenstieg wird eingeleitet. Haltet euch fest. Das wird ein Schnellstart. Keine Sorge. Wir sind gleich wieder draußen. Verglühen wir sonst? Nein, so warm wird es hier nicht. Aber draußen ist es trotzdem besser. Wir haben ja auch gesehen, was wir sehen wollten. Zack, da sind wir wieder. Geht's allen gut? Ja, sehr sogar. Das war so aufregend. Und super spannend. Ich wusste gar nicht, dass es in meinem Körper eine richtige Polizei gibt, die auch noch so gut organisiert ist. Das gefällt mir. Das stimmt. Dann gehen wir mal rein zu Philipp und gucken, wie es ihm geht. Also mir haben die kleinen Fresspolizisten am besten gefallen. Ja, die waren cool. Philipp? Bist du da? Ich glaube, er ist eingeschlafen. Philipp! Was? Wie? Entschuldigt, ich bin wohl kurz weggenickt. Alles gut. Wir sind wieder da. Wie viel Zeit ist denn vergangen? Ähm, ihr wart genau 18 Minuten weg. Ui, gerade noch rechtzeitig, bevor meine Mama wiederkommt. Geht's dir gut, Philipp? Klar. Warum? Also, kein Fieber oder sowas? Nö, ich glaub nicht. Aber ich guck nach Impfung immer, dass ich den Rest des Tages eher langsam mache. Wie war's denn? So toll. Richtig spannend. Und die Erreger sehen total eklig aus. Aber die Fresszellen sind gut drauf. Und schnappen sich alle und haben das alles voll im Griff. Und? Ist das jetzt alles weniger gruselig, wo du's einmal gesehen hast? Ja. Ich hatte das vorher gar nicht so richtig verstanden, was da passiert. Aber wenn ich schon eine Polizei im Körper hab, dann muss ich sie doch auch mal üben lassen. Für den Ernstfall. Ich kann die ja nicht unvorbereitigt losschicken. Ja, eben. Und heißt das, ich darf dich jetzt impfen? Ja. Aber nur, wenn Ella und Yassi in meine Hände halten und ich die Augen zumachen darf. Na klar. Ja. Hallo? Hier seid ihr also. Im Wartezimmer ist keiner. Na, wie sieht's aus? Wir impfen mich jetzt, Mama. Und Dr. Philipp muss sich aber heute noch gut ausruhen. Deshalb soll er mir jetzt endlich mal die Impfung geben. Äh, wie lange war ich bitte weg? Was ist denn mit meiner Tochter passiert? Hm, also mir gefällt's. Hat einmal ein Los. Und hinterher kriegen alle ein Eis von mir. Super, danke, Mama. Also dann, ich wär bereit. Moment. Hier hast du meine Hand. Und hier meine. Ich mach die Augen zu, okay? Na klar, wie du willst. Ich bin jetzt an deinem linken Oberarm und das war's schon. Das war's schon? Das hat ja noch ein bisschen gedrückt. Ja. Alles fertig. Dann gibts jetzt Eis. Ja. Ich esse Eis, während man der Mondpolizei übt. Juhu! Ja, super! Tessa hat ein großes Eis verdrückt und die Impfung auch sehr gut vertragen. Philipp hatte am Abend eine leicht erhöhte Temperatur, aber schon am nächsten Morgen ging es ihm wieder gut. Und ich werde nachher mal in meinen Impfpass gucken, wann ich meine letzte Tetanus-Impfung hatte. Die muss nämlich alle zehn Jahre aufgefrischt werden. Ich freu mich auf euch beim nächsten Mal. Habt es schön. Bis bald. Eure Schari. Mach dich bereit. Komm mit ins Abenteuer. Wir fahren los und flitzen durch den Körper. Ab geht's. Toni sitzt am Steuer. Wir fahren los im Taxi ins Milch. Das war Taxi ins Milch. Ein Hörspiel-Podcast von Gesundheit hören und Medizini. Ja, und wenn ihr diese Folge spannend fandet, dann holt euch doch das aktuelle Medizini in der Apotheke. Da gibt's noch mehr zu diesem Thema und zu vielen anderen spannenden Sachen, die im Körper passieren. Serienkonzept Berni Mayer und Johanna Steiner. Buch Johanna Magdalena Schmidt. Regie Johanna Steiner. Es sprachen Toni Vera Teltz, Tessa Pohler von Sauken, Ella Suri Schuh, Yasin Sahil Bati. In weiteren Rollen Oskar Hoppe, Patrick Sieslik, Judith Maute, Richard Barenberg, Traudl Sperber, Johanna Magdalena Schmidt und Anna Purva. Als Erzählerin und Host Schari Reeves. Produktionsleitung Annabelle Rühlemann, Redaktion Anja Kopf und Konstanze Radnoti. Wissenschaftliche Redaktion Faktencheck Dr. Roland Mühlbauer, Dr. Katharina Kremser. Aufnahme Ronja Fröhlich, Valentin Rövenstrunk, Bentje Stark im Hörspielstudio Kreuzberg. Sounddesign und Mischung Felix Stäblein, Geräuschemacher Robert Lenert, Musik Thalia Darko, Gesangtitelsong Valentin Rövenstrunk, Illustration und Gestaltung Bohne Budrus. Executive Producer Wake World Ruben Schulze Fröhlich, Executive Producer Gesundheit Hören Peter Glück. Eine Produktion der Wake World Studios im Auftrag von Gesundheit Hören. Das ist das Audioangebot der Apotheken Umschau.